Mein Name ist Fischbach Ernst. Das ist meine Frau, Frau Fischbach. Letztes Weihnachten habe ich den Tannenbaum gekauft. Am 23. Dezember. Am 24.? Ja, wir am 24. Jetzt, noch kein Jahr später, sah der Baum so aus. Wir haben ihn geflägt, wir haben ihn geflägt, wir haben ihn rausgetan. Rossbummeln hast du ihm sogar gegeben. Rossbummeln habe ich ihm gegeben. Ich gehe zum Händler mit den Nadeln, mit dem Baum, und verlangen Schadenersatz. Der Händler sagt, tut mir nein, kann ich gar nichts machen. Weder Geld zurück, keine Reparatur, nichts. Ich finde so etwas einfach kunstgemeines. Himmel traurig. Himmel traurig finde ich mir das. Jetzt hat er Weihnachten. Ja, jetzt hat er Weihnachten.